Der Kunde suchte eine Lösung. Steher hat sie gefunden. Steher Bankettverdichter in Kombination mit einer Kehrmaschine, angebaut an einen Traktor. Wenn ein Straßenbankett neu aufgebaut wird, gibt es immer Probleme beim Verdichten in diesem Bereich. Da das Bankett immer mit einem Neigungswinkel von 12 bis 15 Grad zum Graben hinfällt, würde hier ein Verdichten mit handgeführten Geräten dazu führen, dass die Maschinen in Richtung Graben laufen und irgendwann sogar in diesen stürzen würden. Der Steherplattenverdichter SBV80H1S lässt sich 100 mm über die Fahrzeugbreite hydraulisch verschieben und passt sich immer den vorgegebenen Gefälle an. Laatme für die Fahrzeugpillage Nach dem Verdichten wird die Straße noch mit der Stehrkehrmaschine SKM 2500 abgekehrt. Dabei wird anfallender Staub mittels aufgesprühtem Wassernebel gebunden. Hierzu hören Sie im Interview den zufriedenen Kunden. Ja hallo, ich bin hier Robert Kaiser, Geschäftsführer von der RTM Group. Wir sind ein Generalunternehmer für die deutsche Klassphase. Wir sind hier auf dem Gelände bei der Firma Stehr, wo wir in kurzer Zeit eine wahnsinnige Partnerschaft entwickelt haben. Wir haben gerade wieder ein neues Gerät gekauft. Nach meinen Wunschen hat Jürgen Stehr, den Eigentümer, Geschäftsführer der Firma Stehr, sich mitgedacht, mitentwickelt nach den Wunschen, die wir gerade haben. In der ganz kurzen Zeit hat er wahnsinnige Entwicklungen hier durchgemacht. Wir haben hier Beispiel, unser neuer Wunsch war ein Plattenverdichter, wo wir ein paar Ketten mit verdichten können. Davor hat er noch mal eine Kehrmaschine drauf gebaut mit einer Anspritzmöglichkeit, wo wir Wasser einspritzen können, damit der Staub nicht da ist. Das Gerät bringt uns eigentlich die Nacharbeiten, wo wir jetzt anlaufen. Wir arbeiten zu schnell mit den Fräsen von der Firma Stehr. Wir haben ja zwei Stück gekauft. Wir sind zu schnell mit dem Arbeiten, dass wir eigentlich die Nacharbeiten-Zeit damit verlieren. Und ja, die Wunsch sind bei Herr Stehr hingelegt. Und ja, das Resultat ist, dass wir jetzt wieder neue Krebs bei dem haben. Super Firma, super Sachen, super mit herausfinden. Typisch deutsche Maschinen, die er baut. Aber für die Menschheit hier, so flexibel wie ich, ein Holländer. Wahnsinn, top! Weitere innovative Stehr-Ideen finden Sie unter www.stehr.com Und Videos unserer Spezialmaschinen im praktischen Einsatz unter www.stehr.tv www.stehr-Ideen.de